so liebe freelancer freunde lektion 1 mini lektion 1 wenn man das gerade hier der labert schon die richtung an aber nicht die entfernung genau 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 ich nehme genau ich nehme jetzt hier noch vor mit rein wir haben quasi was vor ist ein vor ist genau wir haben hier die symbole die unterschiede wir haben ein vor wäre ein vor dme und vor tag es gibt auch noch ein separates nur tag für tak an das sind die symbole ein vor wie der arz schon gesagt hat das ist ein navigationsmittel welches nur die richtung anzeigt also keine distanz wenn wir eine richtung plus eine distanz wollen brauchen wir ein vor dme ein dme das haben wir schon letzten freitag kurz angeguckt dass wir ein distanz mess equipment also das ist uns messe equipment genau nur in dieser kombination zeigt er uns die himmelsrichtung plus die distanz an das vor tag respektive das tag kann ist genau dasselbe wie das vor nur militärisch und viel präzise das tag kann es zweimal nicht er das vor dme weil du kriegst ja auch eine entfernung dazu ja aber das weil es ein tag kann ist das vor tag ist kombination zwischen militärisch und zivil weil es gebe ja nur es gäbe nur ein tag kann das kann auch beides das tag kann kann sowieso beides also vor und dme richtung und distanz und dann gibt es eben ein vor tag das ist eine mischung zwischen militärisch was ziviles genau vor ist ein ziviles tak an was nicht so präzise ist das tak an ist zweimal so präzise wie das vor einfach mal so genau und was jetzt viele missverstehen ein vor in dcs und auf den karten wird angegeben in einer frequenz das benutzt man oft auch mit dem juli oder mit den hubschraubern um zu navigieren das tag kann ist das ja genau genau also nicht verwechseln mit einem adf ein adf wäre ein auto direction fiending auto mit ja genau ein adf heißt automatik direction finder das wäre ein adf das wäre mit dem funkgerät wenn du mit dem funkgerät was suchst da würdest du mit adf navigieren und mit adf navigierst du auf ein so genanntes ndb also ein non directional beacon ist bei uns bekannt als als diese eilis auto und innermarker ist quasi ein ndb aber das ist nicht dasselbe wie ein vor oder ein tak an aber worauf ich eigentlich wollte ein vor wird angegeben in einer frequenz und dann können wir hier in welchen fliegern kannst du denn vor dcs überhaupt benutzen der c101 beispielsweise gut also uninteressant hören ja weiß genau weiß zivil ist das vor oder du kannst du sehen mit dem hubschraubern kannst du es auch ein drehen das takan wird angegeben in einem kanal also beispielsweise 50x aber das ist eigentlich nichts anderes als auch eine frequenz nur im flugzeug ist der kanal 50 hinterlegt als frequenz xy zur c101 gibt es hier eine frequenzliste kann euch mal zeigen beispielsweise hier 1x wer eigentlich die frequenz 134 40 also das ist nichts anderes im flugzeug ist einfach eine elektronik drin und da sind diese tag ganz gespeichert dass diese frequenz dieses jeweilige tag an ist ist jetzt für uns nicht so wichtig ich wollte es einfach mal erwähnt haben dass ihr das nicht falsch versteht es ist nicht nur einfach ein tag an kanal sondern dahinter versteckt sich eine frequenz deshalb ist das prinzip vor und tag kann auch dasselbe nur die elektronik dahinter am boden ist anders weil militärisch viel präziser ist weil die das auch viel präziser brauchen klar soweit ne ja und wie gesagt hake nehme beides distanz und richtung und vor dme ist auch beides und das vor wie eben nur distanz genau der bereich haben auch schon gesehen eben das nur half bereich ne haben wir ganz viele brauchen aber eigentlich nicht genau das zu machen zudem hier muss ich eigentlich auch nichts mehr sagen das haben wir gesagt was wir jetzt kommen ist in verbindung mit takern kommen wir auf das radial wenn wir ja ein takern eindrehen quasi oder eingeben navigieren wir ja zu einem punkt diese radial navigation die haben wir auch schon gesehen letzten freitag und das ist dann wenn beispielsweise angegeben ist ein kurs vom takern also dme wieder dieses distanz mess equipment 0 6 0 beispielsweise daraus da haben wir ja diesen diesen kurs und das heißt dann der ist auf dem radial 0 6 0 also das radial ist quasi ein kompass das ist etwas was auch verstehen müssen wenn einer von einem radial spricht oder auf einer karte ein r steht dass wir wissen dass das radial also im kompass gesehen in eine himmelsrichtung wichtig ist da auch immer es wird mit 0 angegeben also nicht 30 sondern 0 3 0 und norden ist nicht 0 sondern 3 6 0 also die zahl 0 gibt es im radial nicht es ist immer 3 6 0 und es ist immer drei stelle ich warum muss sie dann 0 6 0 eintragen das ist ja widersprüchlich nein norden 0 genau einfach dass jedes wichtig ist das ist wichtig und im funk wird das eben dann auch immer nicht 30 oder so angegeben sondern immer einzeln also 0 3 0 0 6 0 das wird so im im funk durchgegeben falls irgendeine was sagt wir fliegen radial irgendwas etc ne dass wir da einfach vom selben reden navigiert wird das ganze dann mit dem hsi jetzt muss man kurz gucken irgendwo genau das ist ein normales hsi ein horizontal situation indicator ne kennen wir alles ist jetzt ein bild aus a10 das könnte gerade zu gut aus der f16 sein oder auf der f18 wobei der f18 ist ja ein bisschen anders weil es erstens digital ist und zweitens das ganze hier nicht hat weil da hat es ja nur die linie das prinzip wie ein hsi funktioniert müssen wir ja nicht groß ansehen oder genau wir geben den kurs ein dann haben wir die linie in dem fall ist die jetzt hier oben also da zeigt wo wir hin müssen und umso näher wir zu dieser linie kommen ja ich warte kurz ach kack jetzt habe ich deinen stream ausgemacht muss mir deinen stream nochmal neu anmachen mhm so ja nein vielleicht noch streamst du nicht also bei mir jedenfalls nicht ach aber da hast du den stream ausgemacht wie hast du meinen stream ausgemacht wie kannst du denn der bond kommt und dann nochmal fragen hat damit er nicht einfach reinkommt und irgendwas dazwischen brabelt deswegen habe ich uns mal ein training verschoben so ja aber maestro bitte fahren sie fort ja eben das prinzip ist ja so wir drehen einen kurs ein dann geht diese nadel quasi in diese richtung und dann gibt es ja eine linie und den wollen wir intercepten indem wir diese linie hier oben nach unten bringen und umso näher wir hinfliegen umso näher kommt ihr dahin und irgendwann ist die auf der linie und unser ziel ist vorher einzudrehen bevor das aufeinander ist ne nicht dass wir überschießen das ist ein wenig eine übungssache da gibt es auch eine formel dazu die ist ein wenig kompliziert aber ich zeige sie euch trotzdem jetzt kommen wir nicht zur mathe ich zeige sie euch trotzdem und zwar ähm aber dass wir gesehen haben dass das funktioniert es gibt zwei äh möglichkeiten es gibt die 10er regel die basiert auf dem ground speed vom hub vom flugzeug das heißt wir müssen den ground speed vom flugzeug nehmen und dann 10 prozent von dem das wäre jetzt hier wenn wir einen ground speed von 260 haben und fliegen müssten wir 2,6 meilen vor der linie eindrehen dass wir genau auf der linie rauskommen würden das ganze ist das dann aber vorausgesetzt dass du 90 grad zur linie fliegst genau das ist nur für 90 grad das steht hier für 90 grad hörens ne aber das ist eine möglichkeit mit der 10 prozent regel kann man das ungefähr abschätzen mit dem ground speed wann in relation zur linie wir eindrehen müssen dass wir genau auf die linie kommen das andere wäre die 60 1 regel also ähm das ist abhängig von der distanz wo wo die linie ist weil wenn wir jetzt hier beispielsweise diese linie nach außen ziehen und umso weiter wir sind umso größer ist ja der abstand zwischen den einzelnen radialen ne ist ja logisch und diesem dieses hier ist gedacht wenn wir weit außen anfliegen das heißt dme 60 also 60 wenn das radial da wo wir anfliegen 60 weg wäre von dem eigentlichen dme müssten wir eine meile vorher eindrehen und umso näher wir an dem mittelpunkt sind umso früher müssen wir eindrehen also fünf sechstel meile zwei drittel meile eine halbe meile eine drittel meile und eine sechstel meile ist völlig bescheuert angegeben also das hier können wir gleich wieder vergessen aber einfach so dann macht ja die 10 prozent regel da schon mehr sind auf jeden fall genau was aber bei der 10 prozent auch nur bei 90 grad kurven einsetzen kannst genau das hier das hier eigentlich auch ja außer du intercept ist halt gezielt 90 grad ja gut okay ja kannst du machen aber das ist ja meistens eher umständlicher eigentlich genau kommt halt auf den winkel drauf an aber das ist eben genau aber das ist halt auch wichtig zu wissen dass umso weiter wir uns weg befinden vom dme umso größer wird natürlich auch quasi den bogen den wir fliegen können und umso näher wir sind umso enger müssen wir den bogen fliegen weil die radiale natürlich näher zusammen sind logisch so jetzt kommen wir zu einem air to air prinzip dem jahr stick der weiber mag das ding und zwar wir kennen ja tag kann nicht nur nicht nur vom boden also navigation zu einem airfield oder zu einem carrier sondern auch air to air beispielsweise für den tanker und jetzt kann man das ganze aber auch im luftkampf beispielsweise benutzen oder einfach im eigenen flight um eine gewisse abstand einen gewissen abstand zum anderen flieger einzuhalten den wieder zu finden etc und das ganze nennt sich beispielsweise yardstick das ist dann der fall wenn zwei flugzeuge ein tag an eindrehen air to air und sich somit gegenseitig finden können jetzt haben wir da ein paar limitationen und zwar im air to air zwischen fightern also zwischen flugzeugen nicht tankern jetzt sieht man nur die distanz und nicht die richtung der grund ist die fighter flieger haben ein anderes tag an verbaut und tanker hat ein viel größeres tag an ein anderes prinzip deshalb können wir den in der richtung und in der distanz finden das geht aber untereinander nicht das sehen wir nur die distanz klar soweit atze ne ja der sinn dahinter ist wir zwar noch nicht ganz so das erzähle ich dir gleich da bin ich auch bei ja mittlerweile habe ich so ein zwei situationen wo es halbwegs sinnvoll ist aber so ja es geht ja auch mal darum dass es geht halt mal darum dass wir auch sehen was möglich ist und vielleicht auch gewisses potenzial dahinter entdecken das ist ja ein allgemeines ding wichtig ist dass das funktioniert dass die takan frequenz 63 auseinander sein muss nur dann funktioniert das heißt wenn der lied jetzt hier 11 eingegeben hat der hat jetzt y kann auch x sein dann muss der wingman 63 auseinander sein also wäre jetzt hier 74 dann funktioniert die magische zahl 63 ist es dann sehen wir wie weit das flugzeug von dem weg ist auf dem ages i wenn man jetzt mehrere flights hat muss man das dann halt aufteilen etc oder den flight aufteilen will da will ich jetzt nicht groß drauf eingehen einfach nur dass das ihr wisst also der weitbau weiß es ja dass es möglich ist untereinander takan zu benutzen somit die distanz zu bestimmen um mal ein kurzes beispiel zu machen wie man es in einem flight einsetzen könnte wenn ihr zum beispiel sagen wir mal ein flieger fliegst und du fliegst echelon right das heißt alle sind rechts vom flight lead aufgestaffelt dann kommt so das kommando zum beispiel flight go tactical spread two miles oder sowas dann kann der der flight lead ist auf 1 dann ist der zweite auf 64 und dann kann der erste oder der dritte wieder auf 1 einstellen und dann kann der zweite zum flight lead die zwei meilen aufbauen und der dritte zum zweiten die zwei meilen abstand aufbauen genau da kannst du super spieler sind weil das was für den zweiten ein bisschen tricky wird weil dem sein tag wahrscheinlich die ganze zeit von links nach rechts springt ja genau weil er nimmt immer nur dass die nächste die die nächste vor ding jetzt bin ich den scheiß ich denn überhaupt von haus aus schon ein tag an eingestellt bei meiner f14 f18 nein das musst du von selber einstellen daneben kannst ja frei du kannst ja frei wählen du hast ja kannst ja tag an bis auf glaube kanal 126 drehen oder sowas genau 126 das maximum mehr gehen also drehe ich mein tag kann auf eins und sage dann weiter du drehst deinen tag an dann auf 64 damit wir das machen können genau ja guten tag hallo prinzip kannst du davon ausgehen dass wenn einfach heißt du willst ein technisches bett aufbauen mit dem jahr stick dann musst du einfach irgendwann mal ab irgendeinem punkt jeder wissen ok jahr stick muss ich wenn ich wenn der lieb sagt er ist stellt sein auf 1 dann musst du irgendwann für die selber kapiert haben okay ich muss 63 höher stellen genau was jetzt der erste dann einstellt ist ja ganz egal solange du nicht über 126 halt kommt genau und der abstand muss eben 6 63 sein das ist wichtig optimal fall nimmst du auch noch das yankee band weil die ganze flughäfen und so sind meistens auf dem x-ray band genau was aber jetzt jetzt kommt der andere punkt dazu du bist du wirst raven mann geflogen die kampagne stille raven mann kampagne ja so da bist du bei einer ersten mission bist du da vielleicht lied nein der zweite mann ja moment vielleicht lied und du geflogen in diese richtung und dann hat er irgendwann gesagt vielleicht oder wingman go line abreast half a mile also er wollte er wollte dass du die die formation line abreast annimmst das heißt er wollte dass du dich auf dieselbe linie bewegst wie er aber eine halbe meile auseinander weil er dann mit dir ein dogfight machen wollte richtig genau für das kannst du das air to air takern benutzen weil wenn du in den in den dokumenten guckst nämlich nie bord sind da den flugzeugen in der raven one air to air takerns zugewiesen und da wir eben die idee dass du das air to air takern einstellst er sagt dir er gibt dir den fehl line abreast also diese formation einzunehmen half a mile also eine halbe meile distanz und da wäre dann die idee gewesen dass du das air to air takern benutzt um diese halbe meile zwischen den flugzeugen hinzukriegen und wenn du dann das hast dann sagt er dann turning und dann kommt das normale dogfight prozedere also beide turnen 90 grad zueinander fliegen aneinander vorbei und dann ist fight is on und dann geht's los ne normalerweise wird ein dogfight eigentlich immer so initialisiert echelon left oder right parallel dann machst du das line abreast nach ein nebeneinander und auf kommando vom flight lead drehen beide 90 grad aufeinander zu aneinander vorbei und dann let's go dafür kannst du das benutzen was auch sehr gerne benutzt wird ist für einen trail ich muss ich gucken ich habe zu viele sachen auf für eine trail formation wenn du eine schöne separation hintereinander haben willst da kannst du das dann auch benutzen das air to air takern das weiß auch nicht für ein bombing beispielsweise wenn der flight lead sagt wir wollen irgendwas bomben wir wollen genau so einen abstand haben da kannst du das aufbauen hintereinander so wie oft man das in diesem fall hätte der flugzeugführer nummer zwei er kriegt nur die hinterher fliegende er kriegt nur die information immer vom nächsten der wer wo näher ist aber das hier dass das ignorieren wir jetzt das würde sinn machen eben er hier würde sinn machen wenn er auch 86 eindreht weil dann hat er den abstand zum vordersten da muss er halt diese distanz mal zwei rechnen dann hat der dann nicht das problem und das macht auch sinn wenn er hier auch die distanz zum vordersten nehmen ich muss mal kurz gucken hier ist es siehst du da haben alle 41 außer der lied das heißt alle haben die distanz zum flight lied und da müssen sie einfach er hier muss die distanz mal zwei rechnen er mal drei weiß was ich meine genau weil wenn du so machst dann ist es dann speziell dann hat er zum vordermann er zum vordermann und die zueinander aber der kann sein dass er hin und her springt wenn der hier zu nahe ist und das genau 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 dann sind die zwei zusammen und die zwei zusammen richtig und der weiber und ich wir haben das schon ein paar mal jetzt benutzt in mission auch teilweise um zueinander zu finden also wir haben ja eine sa page was anzeigt aber dann haben wir eine zusätzliche angabe mit einer distanz das kann helfen oder eben wenn wir ein engagement machen und er mir sagt gehen wir links rüber taktisch oder rechts rüber ungefähr solche distanz und dann hilft mir das meine ungefähre distanz einzuhalten das einfach so ein kleines nettes feature es ist kein muss aber es einfach mal dass wir alle hier wissen weil ich nehme ja das jetzt hier auf naja für den restatze nur so by the way dass alle wissen dass das überhaupt möglich ist dass man das kann so für was kann man jetzt tak an oder die kurs navigation noch benutzen nicht nur tak an beispielsweise für hier ein ground engagement das hier ist aus dem lehrbuch f16 wie man richtig ein ground target angeht mit einer split formation das heißt beide fliegen nebeneinander also quasi echelon left oder right auf dem ziel irgendwann sagt der flight lead wir teilen uns auf der eine geht links rum der andere rechts rum sie treffen sich in der mitte kaboom und die mitte wieder raus dafür kann man auch die kurs linie benutzen da nutzen wir zwar jetzt kein tak an aber auch die kurs linie vom radial wenn wir jetzt beispielsweise hier haben wir diesen wegpunkt wo wir angreifen wollen wir haben hier ich brauche ihnen ein symbol für die scheiß flugzeuge ich weiß auch nicht niemandem pfeil durch den stern nehmen so das ist ein flugzeug das ist ein flugzeug wir wollen hier angreifen das heißt wir wählen den wegpunkt als navigation und dann können wir hier auch wieder ein strich durchziehen mit dem hsi hsd oder was auch immer irgendein kurs wir nehmen jetzt gamma 3 3 6 0 für nord und dann haben wir hier schon mal die linie jetzt kann der flight lead aber nur sagen auf mein kommando drehst du 30 grad nach links beispielsweise ich drehe 30 grad nach rechts wir fliegen auf der höhe weiß auch nicht kann ich das dicker machen ja 20.000 beispielsweise ja sieht man sehr gut mit einer geschwindigkeit von 300 300 knoten dann macht er das let's go der dreht 30 links der dreht 30 rechts fliegen 20.000 300 knoten und dann auf seinen befehl wieder drehen beide ein auf das ziel das haben sie ja dann in der navigation feuer nie die bomben ab und fliegen dann auf der linie wieder raus und treffen sich wieder für das kann man dass diese linie auch extrem gut benutzen die kurs linie es geht ja nicht nur um tag kann und hsi sondern auch mir ist es wichtig die kurs linie ein bisschen mehr zu benutzen weil die wir gern ignoriert die nutzen wir meistens nur für beim carrier die linie einzudrehen dass wir wissen wie der carrier fährt oder beim airfield genau und diese hier beruht dann die benutzt beruht nachher auf der linie vom wegpunkt genau das ist etwas anderes ja aber das prinzip ist dasselbe das prinzip ist das gleiche ist richtig wir können den wegpunkt auswählen und das hsi den kurs so eindrehen dass es den waypoint nimmt dann ist das prinzip genau dasselbe aber ich habe festgestellt auch bei mir selber dass ich das viel zu wenig benutze mit dieser linie mit diesem ding kann man so einfache sachen machen ich meine jetzt schon nur wenn man benutzt ist man überrascht wie geil das ist damit genau genau weil ich meine jetzt schon nur wenn du wenn du alleine fliegst ein normales ground engagement wenn du am boot was angreifst gibst du ja über funk eigentlich an wo du rein fliegst und wo du raus fliegst also welche gradzahl dass alle in der luft wissen von wo du kommst und wo du wieder raus fliegst selbst du hast hier das target willst das angeben du machst eine kurs linie drauf und überlegst dir schon wo du rein fliegen willst beispielsweise du bist immer im süden okay ich will dieses target angehen ich gebe den kurs ein 360 und dann kannst du auf dem funk schon sagen hey ich komme aus süden da musst du natürlich umdenken du musst sagen ich komme von 180 greife tage das an und ich grasse also fliege weg über 360 das kannst du auch die wunderbar über diese linie machen geht das auch mit einem zielpunkt den ich selber definiert habe nähe wohl das müsste eigentlich auch gehen du musst natürlich erst den zielpunkt mit 18 machen kannst ja das muss das muss genau das muss eigentlich auch gehen das müsste auch gehen wenn du den das sind diese extra wegpunkte x punkte oder wie heißen die mark points ja die mark points genau das müsste eigentlich auch möglich sein ich bin jetzt nicht ganz sicher weil du es auf hsd eingehen musst aber wenn du den mark point als target designierst müsste das theoretisch möglich sein das müssen wir mal testen aber das ist mein mark point den hat ja nur einer und das bin ja ich genau das ist ja nachteil da macht das eben schon sinn dann über den waypoint zu gehen beispielsweise ja aber eben ich wollte jetzt damit eigentlich nur ansprechen wie krass das ignoriert oder oder nicht benutzt wird wie praktisch diese kurs fliegen eigentlich ist mit dem hsi weil viele haben angst vor dem hsi wo habe ich es wo habe ich es wo habe ich es hsi nicht hier wo habe ich das hsi habe ich es zugemacht nehmen einfach das viele haben angst vor dem hsi weil weil sie denken das sei so kompliziert dabei ist es so einfach und so praktisch man kann so viel damit machen im air to air bereich im air to ground im air to air nächster punkt kann ich zeigen air to air wird auch viel falsch gemacht cap close air patrol ne ja du hast beispielsweise rot hier hast du die feinlinie ne alles rot keine ahnung was du hast den auftrag erhalten du hast hier beispielsweise einen wegpunkt wo du hin fliegst und dann musst du gegen diese linie verteidigen wenn du cap fliegst ist dein ziel eigentlich immer dass dein radar gegen den feind guckt ne wenn du hier bist möchtest du möglichst dass dein radar immer in die feindrichtung guckt wie erreichst du das wenn du in einem 2 ship bist teilst du sich auf und zwar du kommst von hier du sagst deinem wingman wir nehmen wieder norden als referenz wir tragen die linie ein 3 6 0 tragen wir ein als beispiel 10 meilen vor dem wegpunkt auf der linie sagst du deinem wingman er soll nach links eine 180 grad kurve drehen der dreht hier und fliegt auf der linie wieder zurück du fliegst weiter dein radar ist in feindrichtung auf dem wegpunkt oder vor dem wegpunkt sagst du deinem wingman wir drehen jetzt dann drehst du die linkskurve fliegst wieder raus auf der linie und dein wingman macht auch eine linkskurve und fliegt auf der linie wieder rein somit ist sein radar zum gegner du fliegst raus er kann gucken sobald er in der nähe ist kann er das kommando geben und dann geht das immer weiter so fliegt ihr quasi ein holding pattern in der länge ein radar ist immer auf den gegner gerichtet und ihr seid auf der tollen kurslinie ja so wird ein cap eigentlich richtig geflogen natürlich hast du normalerweise mehrere waypoints und so aber dann teilst du den flight natürlich auf wenn du ein vierer flight hast dann schickst du das andere element zum nächsten waypoint rüber und die machen dasselbe da drüben hin und her fliegen schön auf der kurslinie das ist sehr gut das werde ich mal demnächst das muss man mal ansprechen wenn mal wieder ein cap fliegt genau genau weil das ist das problem meistens wird cap falsch geflogen da wird irgendwie so geflogen aber das ist dumm weil wenn das airwax 200 meilen weg ist das radar vom airwax ist dann so unpräzise und die call outs kommen so spät oder wenn der gegner notcht dann ist das je nachdem gar nicht auf dem data link deshalb brauchst du dein radar zum suchen als unterstützung weil du wirst dann mit dem radar mehr sehen als das airwax weil das airwax wenn das so weit weg ist das braucht so lange bis die radarstrahlen bei ihm sind für so einen großen bereich ne 360 grad ne du musst das airwax unterstützen mit deinem radar für das machst du das da teilst du dich auf dann machst du dieses turn pattern einer hin einer zurück und für das für das kannst du diese tolle kurslinie auch benutzen kurslinie eindrehen schön auf der linie am besten sagst du noch hey wir fliegen mit 300 knoten dass beide gleich schnell fliegen auf kommando beide turnen am besten kannst du auch noch sagen wie viel grad beispielsweise drehen 30 grad und dann gibt es einen tollen donut quasi also ja ein oval dann ein racetrack so wird eigentlich cap richtig geflogen über einen wegpunkt wenn du eben mehrere hast musst du den flight aufteilen etc aber selbst wenn du kommt natürlich darauf an wie weit die auseinander sind wie diese wehpunkte 100 meilen auseinander sind und du zu zweit bist hast du ein problem da wirst du das nicht richtig machen können da wird es schwierig da funktioniert es nicht genau aber so so wird das eigentlich gemacht und eben wie ich gesagt habe beim air to ground auch air to ground wo habe ich es hier das ist eine Möglichkeit dass beide von der selben Richtung kommen sich aufteilen weil normalerweise so wie wir es jetzt immer gemacht haben wir sind ja meistens gekommen haben gebombt übers Ziel raus und wieder wieder weg das ist rein taktisch ist das völliger Schwachsinn weil du willst nie so weit ins Feindland fliegen du willst Maximum bis zum Ziel und wieder weg hier hinten das ist immer Gefahr und beide von der selben Richtung ist Schwachsinn schon nur wenn Sam ist sobald du dich aufteilst hat es die Sam schwieriger und für das macht es eben wieder Sinn Kurslinie ne das ist ein normales da gibt es das ganze dann auch noch von der selben Richtung hoch oder so von der Seite du willst eigentlich nie direkt draufbomben und schon gar nicht drüber fliegen du willst Maximum bis in die Hälfte und wieder raus das ist übrigens etwas was wir irgendwann in dem Training auch noch ein bisschen trainieren wollen damals mit den 30 Grad genau das werden wir irgendwann im Training auch noch aber ich wollte das jetzt eigentlich mehr haben als Kurslinie das zu demonstrieren dass man die eben eindrehen soll und dann 30 Grad oder irgendwas genau dass wir mehr mit dieser Kurslinie arbeiten weil ich ich erwische mich selber immer ich mach das selber nicht dabei wäre das Ding so praktisch auch für den Waypoint für den Tarkan für alles das Ding ist so praktisch ne genau das ist nicht schlecht das ist nicht schlecht ja das ist echt beim Waypoint gebrauchen für Air to Ground dann siehst du nämlich auch schon auf dem HSI was du sagen musst turning in from 3-3-0 äh leaving keine Ahnung was ne oder du kannst ja auch 90 Grad fliehen oder eben das Air to Air Ding mit dem Drehen mit dem Radar ne das ist echt das müssen wir in Zukunft in den Trainings ein bisschen machen ein bisschen üben beim viel öfter diese Kurslinie benutzen im Air to Air und im Air to Ground Bereich das hilft echt viel ja als Referenz so viel mehr hätte ich jetzt aber zu Sachen Tarkan Yardstick und Kurs und so nicht mehr zu sagen deshalb wäre das eigentlich das Ende von der ersten kleinen Lektion ja das war schon eine Menge guten Abend guten Abend guten Abend genau so als kleine Übersicht dass man sieht was man machen kann ob man es gebraucht oder nicht ist ja egal aber ein paar Optionen die man machen kann und gebraucht oh das sieht aber gut aus ja die Erklärung dazu ist dann besser aber ja dann würde ich jetzt die Aufnahme beenden dann beenden wir diese Lektion und dann geht es am Samstag mit der zweiten weiter und ich werde das jetzt gleich mal üben auf mit dem